Wann wird eine Rente ausgezahlt, wenn ein Feiertag dazwischen kommt? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de und da möchte ich einfach mal ganz kurz ins Gesetz reinschauen, weil das eine ganz spannende Frage ist, die uns sehr oft gestellt wird, und zwar steht in § 118 Absatz 1 Sozialgesetzbuch Nr. 6, also wer da schmökern möchte, kann das mal nachlesen, folgendes geschrieben, laufende Geldleistungen mit Ausnahme des Übergangsgeldes werden am Ende des Monats fällig, zu dessen Beginn die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Jetzt kommt es, was ganz wichtig ist, sie werden am letzten Bankarbeitstag diesen Monats ausgezahlt. Und dann kommt noch der Satz 3, der ist auch wichtig, für die rechtzeitige Auszahlung im Sinne des Satzes 1, den ich gerade vorgelesen habe, genügt es, wenn nach dem gewöhnlichen Verlauf die Wertstellung des Betrages der laufenden Geldleistung unter dem Datum des letzten Bankarbeitstages erfolgen kann. Also fürchterliches Juristendeutsch und ich werde Ihnen das mal an ein paar netten Beispielen erklären, was damit eigentlich gemeint ist. Aber zuvor sage ich Ihnen, dass Bankarbeitstag grundsätzlich im Sinne dieses Gesetzes immer der Montag bis Freitag ist. Das Wochenende ist niemals ein Bankarbeitstag. Also Samstag oder Sonntag ist kein Bankarbeitstag. Das deckt sich dann wahrscheinlich auch mit den, fast mit den Wochenarbeitstagen, im sozial- oder arbeitsrechtlichen Sinne, obwohl man da hier sagt, von Montag bis Samstag. Aber in diesem Gesetz Montag bis Freitag. Und die Wertstellung meint, also Wertstellung der Rente meint immer, dass das Geld als auf dem Bankkonto immer dann gut geschrieben wird, auch wenn es zum Beispiel erst am zweiten oder dritten Tag des Folgemonats sozusagen auf Ihrem Konto erscheint. Werttechnisch wird es immer so sein, oder muss es so sein, dass die Rente immer am letzten Bankarbeitstag auf Ihrem Konto erscheint. Auch wenn Sie sie an diesem Tag noch nicht dort sehen. Das heißt also, damit soll sichergestellt sein, dass Sie zum Beispiel Geld zur Verfügung haben und es hier nicht zu einer Überziehung Ihres Kontos kommt. Jetzt mal diese Fallbeispiele. Also wir haben den ersten Fall. Rente soll gezahlt werden und wir haben den vorletzten Tag im Monat ist ein Feiertag und danach, der nächste Tag, ist ein normaler Arbeitstag, aber er wird für viele Leute als Brückentag genutzt, zum Beispiel der vorliegende Männertag und so weiter. Dann ist der Freitag grundsätzlich, auch wenn er ein Brückentag ist, ein Bankarbeitstag. Das heißt also, an diesem Tag muss die Rente auf dem Konto sein. Und zwar mit Wertstellung. Dann haben wir folgende, die nächste Fallkonstellation. Der letzte Arbeitstag, Bankarbeitstag, ist ein Feiertag. Das heißt, zum Beispiel der 31. Mai 2019 wäre ein Feiertag, ist jetzt nur eine Annahme, dann wäre der letzte Bankarbeitstag hier der 30. Mai. Das heißt also, ein Tag davor. Dann kommen wir zur nächsten Fallkonstellation. Der letzte Tag im Monat ist ein Feiertag und das ist ein Montag. Dann haben wir ja dazwischenliegend den Sonntag, den Samstag und als letzten Bankarbeitstag den Freitag. Dann ist das Wochenende grundsätzlich kein Bankarbeitstag. Dann muss die Rente an dem Freitag vor dem Montag auf dem Konto erscheinen. Und jetzt noch die ganz interessante Fallkonstellation ist, wenn auch der Donnerstag sozusagen oder der Freitag ein Feiertag wäre, dann wäre hier der letzte Bankarbeitstag im Monat ein Donnerstag. So etwas soll es ja vielleicht auch mal geben. Also, für alle die, die das interessiert, die Rente muss immer am letzten Bankarbeitstag des laufenden Monats ausgezahlt werden. Und wir wissen ja auch, nur noch ganz kurz als Information, wir haben seit 2004, seit dem 1. April 2004, eine ganz klare Rechtsänderung. Das heißt also, für Renten, die nach dem 1. April 2004 beginnen, gilt immer die nachschüssige Zahlung. Also sprich, sie wird am letzten, also am letzten Tag des Monats gezahlt. Und bei Renten, die davor begonnen haben, vor dem 1. April 2004, wird die Rente immer am Anfang des Monats gezahlt. Und für die Renten, die am Anfang des Monats gezahlt werden, gilt auch wiederum der letzte Bankarbeitstag nach dieser Vorschrift als Wertstellungstag. Näheres zu diesem Thema und zum Thema der Fälligkeit von Renten und zum Rentenverfahren finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.